Ah ja, jetzt sind wir hier in Uptown, endlich dem einzigen Ort auf Deponia, wo tatsächlich noch der Garten geharkt wird. Ich glaube, das ist überhaupt der einzige Ort auf Deponia, wo das überhaupt nötig ist, weil es der einzige Ort auf Deponia ist, wo auch überhaupt Mäume wachsen. Aber diese wichtige Aufgabe fällt natürlich dem Glatzmatz zu. Da oben rechts ist ein Bild, der Gärtner, einer der Charaktere, die mir am wichtigsten sind. Deswegen nämlich, weil sie mich immer an meine Kindheit erinnern, da wurde mir nämlich folgendes kleines Kinderlied immer vorgesungen. Oh, ich hoffe, ich erinnere mich noch, wie es ging. Es ging etwa so. So, ihr lieben Kinderlein, es ist schon spät, doch bevor es für euch ins Bettchen geht, Ratet mal, wer da vor eurem Fenster steht, draußen im Dunkeln, wo ihr ihn nicht seht. Just sobald ihr eure Äuglein zugemacht, es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schließt schnell die Äuglein, dann kommt er so gleich. Spitzt eure Ohren, lauscht jedem Geräusch, dann hört ihr ihn atmen, vielleicht auch ein Schaben. Fast lautlos das Kratzen an dem Fensterrahmen, das kommt von der Harkel, die er mitgebracht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Jetzt alle Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Und nochmal Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ha, 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 ha